hallo und herzlich willkommen bei red talk gamble ich bin heute auf die 1 8 ticket und heute habe ich wieder jungs schon alle wimbel bild detektiv spiel genau und da werden wir schon hier ausgericht post post ok ein geschenk was kriegen ja tags 20 das heißt ich schaffe auf jeden fall heute ein level dann bin ich mir sehr sehr sicher ok ok club durchsuchen da ich das ja nicht regelmäßig spiele speisen sie mich jetzt mal aus supermann was haben wir hier noch für ein club ok es kostet 8 diamanten so viel habe ich nicht scheint dann ist ja gute geht es zu sein auf platz eins aber es läuft noch acht tage mein turm musste fertig sein oder der hier fertig wie so fertig sind es die nächsten 180 punkte warte mal habe ich wieder aus es ist nur wasser wasser rauschen wasser rauschen ein bisschen zu laut ein video anschauen nein das nicht was ist heute los ich kriege heute zu viel energie was ist das glas brauche ich bestimmt für ein paar häuser hier oh hier ist ein bisschen crap da auch noch crap alles weg hier oh alles da schön dann wird der stall jetzt auch fertig heute ist ein sehr guter tag neues gebäude haben wir was verkaufen können ich habe 14.000 das ist 4.500 aber ich möchte eigentlich hauptsächlich diese gebäude hier bauen weil diese kannst du ja immer wieder bauen kannst du hundert stück von bauen und die darfst immer nur einmal bauen deswegen bin ich bin ich nicht dabei oh noch sechs sterne sondern ich möchte die gerne bauen so dann geht ihr nochmal nachschauen eine tasse tee trinken keine online kaffee ich kann nur kaffee trinken na gut ich bin bei 399 das müsste auf jeden fall reichen für heute dann machen wir den hier fertig oder das ist das letzte kapitel äh das letzte teil vom dritten kapitel ok ich schaue mir das an dann bezahle ich nur die hälfte von ne nicht die hälfte zwei dritte von dem preis also bis gleich da sind wir wieder wir haben eine halbe stunde zeit um das spiel zu schaffen ich hoffe locker ich glaube sogar schneller als eine stunde ich muss mich wieder konzentrieren ach konzentration es geht los bla 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 hey sam du kannst ja noch nicht erschießen das war doch wie hieß der muckelfuck ich hab den namen vergessen eddie genau so suche den hammer hammer und jetzt auf den kopf schlagen bis Ja, ja, ja. Ja, stell dir nicht so an. Schmerzmittel. Haben wir hier. Na, nochmal. Keiner fahren? Nein? Was? Hä? Whisky. Whisky ist gut. Ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Also zzzzz. Dekorieren. Okay. Zzzzz. Wollen wir uns erstmal hier. Okay. Ich würde sagen, los geht es. Abgeschlossen. Ach, das war schon alles. Ich schau mir das Ganze nochmal an. Oder wie? Das gibt es doch nicht. Nein. Oh, das kannst du nochmal. Okay, haben wir. Haben wir. Lass mal warten. Bam. Das. 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 Plus zusammen. Zack. Da rein. So. Boom. Jetzt müssen wir da hin. Whisky. Brandy Whisky. Brandy Whisky. Bitteschön. Wiederhören. 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 Ah, nee, nee, nee. Okay, machen wir den anderen jetzt auf 100%. Den hier. Hohin den letzten Stern. Okay. Da haben wir die Bank. Okay. Koffer. Der Patronengurt. War doch hier irgendwo oder nicht. Egal. Koffer. Bank. Da war der Patronengurt, genau. Äh, Straßenlaterne. Ein Fahrplan. Eine Leiter. Nicht diese Leiter. Die mein. Eine andere Leiter. Äh, die Axt. Äh. Schon bei der Mauts hier rausziehen. Gibt's da nicht. So, weiter geht's. Axt. Axt. Wo ist die Axt im Wald? Hammer. Schaufel. Schaufel. Ach. Ich finde heute gar nichts. Wirklich. Ach, das Schüreisen. Genau. Ein Knotseil. Der Buchstabe X. Ventile. Ach, da ist die Axt. Fragezeichen. Ventile und Leiter. Die erste Runde ist immer so lar, war so langsam. Da ist Fragezeichen. Ach, da ist die Axt. Warum ist da ein Wasseranschluss? Ach. So, jetzt. Ich muss schon ein bisschen schneller gehen. Eimer. Zange. Katze. Schüreisen. Vogelschwamm. Leiter. Fahrplan. Zahrrad. Knotseil. Türriegel. Zahnrad. Schaufel. Habe ich da aufgesehen. Hä? Ach. Schlauch. Ja, ja. Ah, Siegestein. Zahnrad. Und ein Schlauch. Ich stehe hier auf dem Schlauch. Ah, da ist das Zahnrad. Schlauch, Schlauch, Schlauch. Wo ist hier ein Schlauch? Da. Okay. Es war schon schneller geworden. Jetzt wird es wieder ein bisschen schneller. Okay, die Ölkanne. Wo ist die Ölkanne? Die ist hier. Ölkanne. Ah, da ist der Gehstaat. Fahrplan. Schüreisen. Kohle. Fingeseichen. Fahrkarte. Eidechse. Und eine Rotzange. Wo ist die da? Ich sage, es wird immer ein bisschen schneller. Kochtopf. Erdhörnchen. Maßzeichen. Erdhörnchen. Was ist denn hier? Kopftoch. Schuhe. Rucksack. Wanderfahrt. Leiter. Ziegelstein. Zahnrad. Eidechse. Maßzeichen. Buchstabe X. Grubenlampe. Ah, nee. Da. Nein. Das nicht. Das nicht. Oh, da. Ja. Gleich habe ich fertig. Eine Luke. Eine Luke. Ein Mantel. Eine Ölkanne. Ölkanne da. Ölkanne. Mantel. Luke. Schüreisen. Maßzeichen. Fahrplan. Rucksack. Türregel. Schlauch. Nurzeit. Schlauch. Schlauch. Vorhin geschloss. Was ist denn vorhin geschloss? Oh, da war es schon ein bisschen besser. Nicht perfekt, aber schon gut. Oh, 516.000. Auf Platz. Oh, ich war schon mal 570.000. Und bin ich schlecht geworden. Erdhörnchen. Benzinkanister. Gitterlampe. Da. Gitterlampe. Benzinkanister. Erdhörnchen. Schuhe. Rucksack. Leiter. Maler. Plum, plum, plum. Plakat. Türregel. Eidechse. Zahnrad. Und ein Adler. 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 Da. Na. Seins. Wui. Na. Ich hab mich überboten. Noch 2%. Welcher Platz bin ich jetzt? 19. Jetzt. Bank. Hufeisen. Sange. Okay. Sange. Bank. Hufeisen. Windmühle. Leiter. Vogelschwarm. Malerwerkzeug. Rucksack. Kohle. Äh. Zahnrad. Schuhe. Rotzange. Spule. Eine Spule? Wo ist hier eine Spule? Wo ist die Rotzange? Ach, da ist die Rotzange. Ist auch eine Spule. Spule, Spule, Spule. Das nicht. Spule ist auch sowas wie ein Trafo. Ach, da. Okay, ich hab's geschafft. Es rückt. Ich muss da jetzt nicht mehr weiterspielen. Auch wenn ich dann nur Platz 19 war. Und keine Ahnung, wie viele Leute. Ah, ne, die mach ich nächstes Mal auf. Nicht jetzt. Ich hab hier aber was Neues gekriegt. Ein Bild. Oder zwei Bilder sind hier immer drinnen. Zack. Und. Bam. Bam. Abholen. Kaufen? Da ist ein Bild drinnen. Okay. Die hat. Dahinten. Ach. Hat sich jetzt mitgezogen. Klappig. Und. Wo ist das andere Ding? Ah, hatte ich schon. Gut. Warte jetzt. Erreiche ich Stufe 16. Mir fehlen noch 28 Punkte. Ich glaube, das gibt es nicht. 28 Punkte. So, dann muss ich was kaufen. Hier. Einkaufen geht. 28 Punkte. Da geht nichts. Hab ich noch 5 Punkte? Guck mal, machen wir einfach 5 Punkte. Dann kaufen wir das andere große. Das ist eine gute Idee, Stefan. Ich weiß. Und wenn wir um die Statue. Ich hab ja noch eine andere Statue. Steht die Statue nicht mehr so alleine da. Ach, ist doch die gleiche. Und da ist auch Blume dringend. Riecht so rum. Also, nein, braucht nicht. So, mal weiter. So, mal ein paar Leute labern. Ich glaube, die habe ich hier. Gartenhäuschen. Oh. gewächshaus habe ich da ja auch schon wenn ich die einmal hier gebaut habe als ein anderes ich dachte wenn ich sie da gebaut habe kommen sie dann hier rein ist nicht ganz so das ist ja ein monster von der laterne dann nehmen wir jetzt die den dingens da es muss ich da noch wirklich drei stunden warten gibt es nicht was sofort da ist drei stunden 15 minuten warte mal ich habe doch beschleunigung bestimmt egal fertig der war noch 15 wert ich brauchte 24 waren das ne warte mal ne 5 brauchte ich für den hier das habe ich das gemacht ach das von fünf sterne total verpeilt wirklich nehmen wir das hier ich finde zwar passt da nicht so ein aber was soll es der habe ich den nicht fertig gemacht ne ich trottel guck mal hier mach den jetzt da hin ja das ist hier so ein kleiner see aber der kostet 19 stunden und der hier ist nur elf stunden zack ja leute das war wohl ein bisschen verplant von mir aber jetzt geht es hier weiter mal nur eine kleine runde um mir die runde anzuschauen und dann höre ich auf das hat heute keinen sinn mehr mit mir so ich suche einmal briefe ein papierkorb eine creme ein wandleuchter eine karaffe eine tasse ein kussmund und ein briefbeschwerder es kann viel sein aber groß gut ich bin auch ganz schockiert da war es das mit dieser runde ich beende das spiel easy peasy und ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal dabei seid ich muss noch mein ticket abholen eh eh beenden jawohl so ticket abholen bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020